Und da war der Angels, willkommen zu einer neuen Rubrik und zwar ist es der wunderbare Samstagabend, wo man so eine schöne Spielerunde macht und ich nehme das hier. So, ich kann malen, ne? Ja, ich bin auch malen, so. Also, das Spiel kennt wahrscheinlich jeder. Hä, wo kann man denn hier eintippen? Da unten rechts. Und rechts ist da. Da, wo ich B10 geschrieben habe. Geht bei mir nicht, geht bei mir gar nicht. Doch, du musst dann neben diese Köppe da. Neben diese Köppe, da, drei Meter. Drei Meter, drei Meter, drei Meter, drei Meter. Warte mal, ähm. So, also, boah, mein Gott, ey. Ey, suchst du dir jetzt irgendein bestimmtes, irgendein... Ja, man kann sich da was aussuchen, dann muss man das malen. Rot, Rot. Glückwunsch, dass du das Wort erraten. Yes. Ich weiß, was das ist. Ich warte nicht ein. Rot, ich hab gewonnen. Ja, die anderen haben doch Zeit zu... äh, reinges Erraten. Lukas, was ist denn das? Tiff, hab ich ja dann... Tiff, Poth, irgendwas oder was? Na, ich... Eigentlich... Gib it nicht. Ja, ihr schreibt das ja auch falsch, ihr Mondo. Das ist warum haltet ihr auf Tänis. Also, das Spiel ist folgendes. Man muss ein, äh, Wort malen und die anderen müssen das erraten. Schade. Da unten war es nicht. So, weiter. Der Poth war richtig, aber mit zwei O. Oh, gut, gut, dass ich Bot schreibe. Wer ist dran, wer ist dran? Ich bin dran, ne? Der 3-Meter-Peter. Muss zeichnen. Also, 3-Meter-Peter ist der Jan, der Ranz-Franz ist der Manu, der Sack-Groß ist der Lukas. Das ist die CB, CB. Und ich bin der Anhalter. CB. Doi. Dein Haus. Nice. Was ist das denn? Was? Was ist das denn? Fängeselle. Nein, ich hab's. Jans zu Hause. Was soll ich denn mal? Update? Ne, Max ist zu beschränkt dafür. Ach so. Ich war gern, so, schaps. Ja, muss ich jetzt irgendwie auf was drücken oder so? Du musst warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Warum hat Max 18 Punkte? Weil ich's kann. Ey, es gibt nur vier Runden, ne? Ich will das aber jetzt länger spielen als vier Runden, ne? Ja, wir spielen ja dann noch weiter. Okay, let's do this. Wer ist dran? Oh, was ist das denn? Lukas. Äh. Oh, was sind das für scheiß Wörter hier? Oh, ne. Oh, guckt euch den geraden Strich an, man. Das soll ein gerader Strich sein, das soll gar nicht so sein, man. Das soll ein gerader Strich sein. Ergst. Ergst. Menis. B. 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 Jetzt hier ganz gebildet eine Lektüre. M. Was? Vaginalherbiss Jaa Diese Wichan mag hoch Ja was is'n dat ey Ey ich hab auch kein Plan man Zigarette Smiley Smiley Ey wieso geht das nicht weg Sonn der Schatz Egal ich mach einfach jetzt hinten dran Spend Schwarzbrot Mal schneller Äh Ich bin cool ich brauche Kasten Lexikon LP Ah Woll Warum bin ich Platz 4 Ich hab's als erster erraten Ich bin jetzt erstmal letzter rein Geil 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 Warte mal kurz Das sind nur Scheißdinge wo du da vorgeschrieben bekommst man Sollst du ne Scheiße malen Jetzt kommt es Oh Gott Smiley Ball Ei Das ist ein Hut Ganz eindeutig Ach ne das ist das Ja ich hab's erraten Oh Gott bin ich gut immer Können wir noch ne Runde mal Das ist voll easy Regenschirm Regenschirm Seelampe So für die Leute die irgendwann mal ein Autogramm von Mr. Raps haben wollen Hier Das ist dieser der Hesler und Schrift Alter Da hab ich auch kein Mensch ein Autogramm Alter Das ist ne Glocke gewesen ey Yeah der Anhalter als erster Ja Lukas wenn er trinkt Level up Kann wir noch ne Runde spielen Ja wir spielen noch ne Runde was ich mach grad an So abgehen Teilnehmen Teilnehmen So bin drin Ah Let's go Okay Warte Einstellungen Vielleicht Ne Alter ihr habt ja schon vollen hohen XP Rang ey Lukas 91% Ich bin dran Okay das wird geil Ja du kannst Franz Das ist jetzt geil das ist absolut nicht klischeehaft Oh Gott Toll Caillou Nein Caillou Kopf Was ist das denn Mensch Was soll das denn sein Ein Alien Oh man Okay nochmal Hier Konzentrier dich auf das Gesicht Das ist eine Nase Das ist eine Nase Das ist ein Mund Und das sind die Augen Dicke Schlafen Schlafende Oh mein Gott ey Achso Okay Soll ich deinen Namen in der Aufnahme sagen? Oh Gott Ne Ich hab nur gesagt P Punkt Schinezze 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 Was ist denn ein Schinezze Oh was soll das sein? Oh Lucas Das ist ein Mongo Wer hat denn der 3 Meter Peter? Ein Mongo Ja das sieht aus wie so ein beschränkter Ich mach jetzt einfach smiley So das ist es Ah ich hab's Ich hab's Ich hab's Ich hab's Warum ist der eigentlich der einzige Mann warum ist der eigentlich der einzige Schau Was denn Hä Ich glaub Ne Scheiße Blind Alles klar Dumm War ja auch überhaupt nicht Überton Und ey Blind Dumm Schwarz Ja Soll ich weitermal Gleich wird der 3 Meter Peter hier gebannt Im Arsch Okay Das war ein Chinese Ihr Lappen Ja ich hab's erraten Ein Chinese Der schreibt doch noch Schinezze Er hätte es noch grad Schinezze Like a Paul Panzer He Aber ich bin Äh Wer darf denn Äh Ach Lukas Okay dann war das ja Ist es das? Ja Ja Wie sieht denn bei dir ein Auto aus? So das steht schon mal nicht mehr Ja Tja Ähm Sieht mir mehr nach einem Burger aus Ne Wow ja Voll das Augenkrebsrot Ja Gönn dir Blutbad Ich krieg mal diese Stahl Marmelade The Pearl The Pearl Wasch doch rein Das ist bisschen runter jetzt Was ist das denn? Blutmond Ok Äh 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 Was wird das? Harry Potter? Hahahaha 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 Er war halt einfach kreuz und quer da, ey Scheiße Als wenn jetzt irgendeiner das so rät, dann ist der cool Lukas Hahahaha Was wird das, ey? Bis jetzt Ok warte jetzt Jetzt ist was los nochmal los Komm Äh So Also rot Das kann ich malen Sehe ich auch Hahahaha Hahahaha Hä was ist das? Keine Ahnung, Flachkopf Hahahaha Flachkopf Hahahaha Ah ne Hahahaha Hahahaha Obst Obst ist nicht Ja, Obst ist nicht, es ist ein Obst Ach Hahahaha Apfel. Was war's denn? Was war denn Melone? Oli, ich mal's schon ne Melone, du King. Max. So, ab geht's. Der Begriff war Melone. Ach, Melone, okay. Der Max ist dran. Ähm, ach ja, das ist ja einfach. Oh Gott. Danach die Runde bin ich dran. Na, halt so. Was denn da? Denkt mal simpel. Äh, 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 äh. Muss man irgendwie auf Groß- und Kleinschreibung nach... LOL. Nice. Das ist echt simpel. Nice. Das ist Jan's Fachgebiet. Da kennt er sich ja so aus. Was? Ich würd mal sagen, Anhalter und Ransfrans sind mal stark abführen. Gott, Leute, seid ihr beschränkt. Ich hab's. Ich hab keine Ahnung. Keks. Das ist der vier Keks. Das war ein Quadrat. Ach, Quadrat. Oh, was war das? Mensch. Ist das dran nochmal? Jan. Oh Gott. Jan muss nochmal. Mal was mathematisches, bitte. Ja? Ich mach gleich ein Rage. Was ist das? Okay, das nehm ich. Moment. Kot. Lachen, ey. Banane. Banane. Ne Schüssel. Wenn? Was ist das denn? Jawoll. What? Ah. Ah. Das war's leider nicht. Ah, Leute, die Augen. Hä? Was ist das? Das ist ein Super Saiyajin. Was ist das denn, du erkennst, Alter? Mach da noch ein bisschen was Rotes hin. Das ist ein Penis. Das ist ein Penis. Fuck. Hat Lukas das auch sehr gut. Also, erstmal einen Applaus an Max, dass er Vampir mit IE schreibt. Popo. Ach was, Vampir? Mit IE. Mit IE. Oh mein Gott. Ich hoffe, das ist schon wieder dieser geile Chant, Alter. Ach, best of three. Hä? Okay, nochmal. Abgehen. Moment, wie? Warte mal. Hey, Leute. Witzschrecken. Ich konnte jetzt nichts mehr schreiben. Ich hab nur irgendwas eigentlich trotz. Also, Max, ich weiß ja nicht, ob du das zeigen darfst. Aber, zeig mal das Bild von der Hammer. Ticke. Zeig mal mir das Bild von der Hammer. Ich glaube, dann gibt es hier. Ja, glaube ich auch. So, drei Metapeter und Starcruise sind drin. Wie brauchen wir noch? Nice, Lukas. Lukas, tolle Rede. Der Ranz, Franz. Der Ranz, Franz fehlt noch. Ja, ja, bin drin. Okay. Also, ich muss sagen, ich werde mir gleich hier was kaufen. Damit ich hier auch mal Sonder-Smiley's benutzen kann. Damit ich hier auch endlich eine Smiley mit der Sonnenbrille machen kann. Okay, so gut. Jan, guck mal bei den Events-Smiley. Die Sessens-Smiley, der will nicht mit einer Frankreich-Flagge rum. Das gehört schon wieder nicht trotz. Nein, das ist so geil. Yay. Was ist das denn? Was ist das denn? U-Boot. Aus. Warte mal. Das könnte aber sein, dass das so ist. Kann das sein, dass das, was ich geschrieben habe, nur irgendwie anders geschrieben. Das hatte ich jetzt auch gerade im Kopf. X. Ein Keks. So? Ne. Keks. Sieht aus wie... S. Was hast du essen? Ähm. Ähm. Ach, ich hab's. Ach so, warte. Vielleicht das hier? Scheiße. Ach ey, das wollte ich auch gerade schnauben. Knack-Bruch. Knack-Bruch. Wie sieht bei dir Knack-Wurst aus? Was geht? Das war so ein Spaß. Moment. Was könnte das sein, Alter? Ähm. Löcher. Löcher zum Essen. Lukas, verdeutlichen mal. Warte mal. Roden. Roden. Roden, was? Holland. Käse. Scheiße. Ja. Nein. Ja. So kann man das nicht schreiben, ey. Good job. Lukas, wie machst du denn deinen Käse, Mann? Geil, bin ich dran? Okay. Ja, Ranz. Ranz ist dran. Oh, oh. Ah. Wer ist denn dran? Ach, der Ranzbranz. Ein Kreuz. Ein Kreuz. Ja, das ist ein ganz besonderes Kreuz. What the fuck? Baum. Okay. Na, ich bin ja voll der Montagsmaler geworden. Jawohl. Ich bin es. Gelb, abends mal echt. Ey, komm, das ist doch wirklich nicht so schwer. Äh. Was ist das? Das ist echt. Fingerrette. Scheiße, was ist das? Wie sieht bei dir deine Fingerrette aus, Alter? Rot. Ach, komm, ey. Ja. Ich wollte dich doch arschen. Was ist denn rot und schießt gelbes aus, ich? Ey, Manu, das ist jetzt aber echt leicht. Was wissen die das eigentlich nicht? Das ist ne Kerze. Ach, ne Kerze. Oh ja, kein Gott, ey. Scheiße, Alter, übel. Ja, Lukas, das ist Cola. Hast du so recht mit. Ja. Das ist rot. Oh Gott. Ähm. Das ist am Arsch. Weißt du, komm mal, jeder von uns hat 420.000 irgendwas Startkapital. Nur der Max, der hat gar nichts. Ich weiß nicht, warum er kein Startkapital hat. Was ist denn so ne Scheiße? Warte, was ist denn? Achso, okay. Mit daten. Yolokos. Äh. 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 Das ist bezogen damit. Ja. Ja. Nein, da wo die Pfeile drauf zeigen, das ist bezogen, das ist bezogen. Das ist hier, das ist die Hauptsache. Das ist echt nett. Danke. Was war denn das andere dann? Das Frühstückssnicker-Knoppers. Mit M an. Ich hab's doch schon. Jeder hat's von uns. Musik. Ja. Ja, jeder hat's von uns. Ja gut, ich hab's nämlich als erstes erraten. Ja, wow, fühlst du dich. Denkst du, du wärst jetzt was Besonderes? Ja, mein Pfeile ist um 3mm gewachsen. Ja, mach's. Jawohl. Jawohl, ey. Erst mal ne Anzeige. So. Mit 3m, oj, jetzt geht's los. Was sind dat denn? Warte mal. Ja, ich konnte aussuchen zwischen Musik und Dumm. Hier kannst du dein Guthaben nicht anzeigen lassen. Wie zeichnet man denn Dumm? Ich würd einfach mal nur den Laufzeichnen. Haha. Witz-Cracker. Ich würd erstmal, ähm, Jan und dann ne Mathearbeit daneben. Zelt. Was ist das? Was ist dat denn? Für mich war dat Vulkan. Dat sieht auch ein Raufwurst aus vom Berg. Hier ist... Das ist ein Stamm. Ein anderes Wort für Stamm. Scheiße, ich bin sehr nah dran. Was ist das? Ja, Manu ist echt nah dran. Jan, wie, was, was denn? Achso. Jawohl. Ja, da kommst du am Arsch nicht drauf. Da kommst du am Arsch nicht drauf, Junge. Da seid ihr alle viel zu beschränkt für. Können wir dat bitte noch ne Runde zocken? Dat ist echt lustig. Könnt ihr das lesen? Ja, Baum. Toll. Geil. Baum-Ut. Ja, ab. Nice. Was, Baum-Ut? Das ist ein S, Mann. Achso. Hä, das hab ich doch gerade geschrieben. Pff, jetzt hab ich den alten Baumstamm geschrieben. Okay, ich hab, könnt noch ne Runde gehen? Ja, ab gehen. Ich will nämlich das Level 3 erreichen. Franz Franz, 3 Meter Peter. Und der Sarkul fehlt noch. Alter, ich schwör, alter, alter, alter. Pff, was seid ihr denn für arme Schweine? Geil. Geil. Geil, was ist das denn? Was ist das? Muss ich das nehmen? Soll ich, soll ich ein Hexagramm nehmen? By the way, was ist das? Ach, das hatte ich auch. Ein Hexagramm. Lol, was war mein Wort? Das siehst du oben. Das steht oben. Ah, da. Da hatte ich auch eben noch die Sorge, dass ich mein Wort vergessen hab. Okay, das ist jetzt absolut okay. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt echt doof. Wie malt man sowas denn? Was ist das denn? Pff, what? Was zum Teufel? P-S, was? Scher- Gem. Gem? Tschechen. Gem. Ach, Tschernobyl. Ach! Achso. Was könnte das denn sein? Ach, ich hab's. Nein. Was ist das denn hier? Das ist gerissen und ging dann kaputt und dann waren ganz viele Leute am strahlen. Vor Glück. Ja, was ist das denn für ein Ding? Radioaktiv. Wie nennt man das Ding denn? Achso. Jawoll. Atomkraftwerk. Professionell, ey. Ja, ich wusste. Ein Kern. Transfranz hat einfach mal elf Punkte. Ein Kern. Drei Meter, Peter. Oh Gott. Das ist sowas von ein Esel. Das ist sowas von ein Esel. Ich hätte Karies nehmen können. Du hättest einen Zahn gemalt und da irgendwas Graues. Esel? Warum denn Esel? Ganz gar ein Esel. Hammerzicke muss für ihr aussehen. Wie sieht man das denn? Was soll das denn sein? Was ist das denn? Mach mal den Hintergrund in anderen Farben, ey. Man sieht das Gelbe. Alter, was ist das? Das ist Wiese, nehm ich mal an. Nein. Die Sonne ist sehr nah dran. Okay. Pff. Okay. Ich hab's. Moment, nein. Nice, nice, Jan. Nice gezeichnet. Nice. Ja, Jan. Habe wieder was. Nein, nein, nein. Was hab ich gemacht? Was ist das denn? Max ist einfach der Beschränkeste der Welt. Ich hab Sonne geschrieben, aber Sonne ist sehr nah dran. Was ist das denn? Das ist es. Das drängt euch das Blaue weg. Nein, Mann. Nein, nein. Es ist gar nichts mehr da. Es ist ein Sonnenuntergang. Ach, ein Sonnenuntergang. Mensch. Ich hab Sonnenaufgang geschrieben. Franz, Franz hat eine stabile Führung. Oh, was mach ich denn? Was mach ich denn? Was mach ich denn? Leute, das Spiel ist scheiße. Hier gibt's sogar 14.000 Leute, die online sind. Äh, was nennen wir denn? Was nennen wir denn? Äh, es passt so viel wie bei Black Ops 2. Oh, das ist guter. Es sind so viele Leute wie in Black Ops Online. Das ist jetzt echt guter, Jan, aber Dankeschön. Das war so. Kleines Statement. Black Ops 2 hat richtig gefällt. Es ist kein Donut. Wie findet ihr das hier? Es ist kein Donut. Was ist, was war wie, Jan hat richtig gefällt? Alter, was machst du denn? Was willst du mir damit verdeutlichen? Dieses Loch, Loch der Stevie. Kacke. Oh. Und wann is das? Aber Lukas, willst du deine Gebärmutter reinklatschen oder was? Ich weiß nicht, Alter. Jan, Kurt, Jan scheiß. Du hast das verdeutlicht hier noch mal ein bisschen. Jetzt mal der aber gerade T. 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 Tod. T. 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 Noch ein Buchstaben. T. Was ist das für ein Buchstaben? L? L. Weiter. Ja, wir haben noch 18 Sekunden. Terminator. Tell. Loll. Die Tatsache, dass du das rosa in der Mitte gemacht hast, hat mich verwirrt. Ah, ich hab's gerade noch so. Oh, gerade noch so. Scheiße, was ist das? Ach. Hey. Telk. Telko. Telko. Ich hab it, ich hab it. Teller. Telkonel. Telkonesse. Telkonesse. Warte, warte, ich bin aber, ich bin jetzt aber knapp auf dem Fersen. Oh ja, das ist ein hartes Betteljum. 31 zu 27. Lukas und ein stabiles Betteljum. Schasam. Okay. Mal, schreib einfach das Wort. Ey, wie wär's, wenn wir ein Let's Play... Let's Play Montagsmaler machen. T-Titanic, wie geht denn das? Pisa. Loll. Das ist es denn. Ja, das hast du jetzt sehr gut gemacht, Manu. Das hast du jetzt sehr, sehr gut gemacht. Lukas war der Einzige, der mir zuhört. Fuck. Ich hab nicht zugehört. Ich hab den Begriff laut gesagt. Ich bin kack, Noob. Ha, feiner. Hast du das auch schon erraten? Ja. Ja. Ja, er hat mir zugehört. Und es war der Schiebeturm von Pisa. Ha, brennt. Zu spät. Emo-Schlampe. Loll. Loll. Dann darfst du doch gar nicht auf den Chat steigen. Das ist doch alles strafsrechtlich. Ich kann's nicht wegmachen. Warte doch, ich kann's wegmachen. So. Jeder, der Zuschauer wieder zurückscrollen, wird auf den Text schauen und wird dann sagen, Boah, Mr. Rapschalper, ich werde dich jetzt haten. Das war ich aber nicht, das war der Jan. Da möchte ich jetzt noch mal Quid sagen. Ja. Ich bin Level 3, bitch, please. So, eine Runde noch. Max? Und dann. Hast du da, hast du die Nachricht gekriegt? Oh, der 3-Meter-Peter. Wer hätte denn in den Allshit geschrieben? Amisch. Amisch-Schweier, Alter. Amisch. Sogar mit dem gleichen Befehl wie in Minecraft. Slash-MSG. Ja. 3-Meter-Peter-Jaggon. Ja, ja, ja. Ey, wer ist am Malen? Das bin ich. Hä? Auf, mich so nachzubringen, das kannst du nicht malen. Als soll das denn jetzt der Holoko... Oh, ich bin sehr nah dran, nur... Ich auch. Ich bin aussehner dran. Ich hab's. Was? Nein. Wer hat da Kondom geschrieben? Nicht. Waren wir nicht sicher. Das Rote ist das Wichtige am Baum. Das sind Äpfel, oder nicht? Nein. Äpfel. Nice. Hätt ich jetzt auch. Der 3-Meter-Peter ist doof. Falsch, 3-Meter-Peter. Falsch. Hä? Welche rote Frucht gibt's denn? Ja, Äpfel, Kirschen. Außer Kirschen. Äpfel. Äpfel. Sonst wächst nichts Rotes an Bäumen. Kirschen. Das ist ein Kirschbaum. Ja, Kirschbaum hab ich doch geschrieben. Du hast kein Kirschenbaum. Oh mein Gott, das ist doch nicht wahr. Ach, gleich in Rage. Gebet aus dem Rote. Drecksspiel. Oh ja. Ich lege da. Alter, ja klar, ich mach jetzt Farbdrucker. Ungelogen. Quitte gleich, ey. Farbdrucker. Okay, ähm. Ich hab's. Ich bin auch mit meinen stolzen Nullpunkten zufrieden. Ja. Das ist jetzt ein Typ, der licht. Aber den braucht ihr jetzt nicht. Hat Pasche mit zwei. So, jetzt licht hier was drauf. Da ist der Bauchnabel. Die Frau. Dann licht hier was drauf. Aber das ist kein Kot. Dann kommt hier der andere Partner. Und schlägt das mit der Zunge weg. Oh, was? Oh, was? Was ist das denn? Ne Dose. Das hier ist ne Dose. Diese Betonung. Und wegkt. Das mit der Zunge weg. Das kommt hier raus. Ich bin immer noch der Meinung, dass es das hier ist. Das ist ein Gewalt. Das ist ein Gewalt. Das ist ein Gewalt. Alter, schreib mal vernünftig, ey. Ich kann nicht mal lachen. Das kommt hier raus. Das ist oft bei Sexaktionen auf dem Bauch. Ach, was? Und Schneck. Oh mein Gott. Na, ja genau. Du Apfel. In Jonathan. Hä, was soll das denn hin? Ich kann nicht mehr. Ich sterbe. Warum leckt der denn Sahne auf dem Bauch? Warum leckt der denn Sahne auf dem Bauch? Kennt ihr das nicht? Da ist ein Fetisch von. Die cremen sich dann Sahne auf dem Bauch und dann leckt der andere das dann ganz langsam runter. Davon kriegen die dann Degen. Boah, ich sterbe, ey. Ich sterbe bei dem Spiel. Oh, nee. Wollen wir mal überprüfen, ob bei Black Ops immer noch mehr Spieler on sind, als oder dass hier immer noch mehr Spieler on sind, als bei Black Ops. Ja, glaube ich. Haare am Arsch. Ian, bitte, guck mal gerade nach. Gerade. Moment. Was sollt ihr ein Rasierer? Wie sieht bei dir ein Rasierer? Leute, warum ist das rot? Periode. Binde! Und, wie viel? Moment. Ich weiß es nicht. Es sind... Bei Black Ops sind weniger. Das sind 13.865. Was soll das denn sein? Was ist das? Das ist ein Haar und das verschießt da irgendwelche Spitzen nach oben. Funt. 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 Moment. Der Herr der Ring. Aufi. Funt. 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 Das ist jetzt doch noch Janne. Ah, Yolo. Reisebüro. Alter, was sind denn mit den Augen? Für das Spiel muss ich mal ne Fanscam einbauen, ey. Ich sterb hier vom Stuhlglitz. Was soll das denn sein? Das ist aber ein dickes Küken, ey. Chicken Nuggets. Ihr seid schon nah dran. Fried Chicken. Tent KFC. Ich dachte, das heißt immer Kentucky Fresh Chick. Hauptsache der hat nen Penis unten hängen. Ah, ich hab's, ich hab's. Der Pimmelpeter. Der ist es nicht. Ach, okay. Was soll das denn darstellen? Hühnchen. Weiß ich auch nicht. Hühnchen. Hä, Küken gibt's auch nicht. Hahn. Henne. Mit Haar ist richtig. Was war das denn? Ein Huhn. Oh, bin ich Cut Noob. Yeah, ich bin Erster, der Anhalter. Ah, das Spiel war so schlecht, dass ich jetzt Deinstallierung mir das Leben nehme. Oh ja. Ja. So, das war's von dem ersten, äh, Spielerabend. Das wird jetzt jeden Samstag kommen. Freut euch nochmal auf den nächsten Samstag. Ja, herzlichen Großschloppen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss, tschüss. Ich bin ja wieder für Montagsmaler. Tschüss, tschüss.